Musik An den volontären Around the Bodensee Cleanups ist jeder willkommen. Egal in welchem Alter du bist, egal wie aktiv du bist, jeder kann so mitmachen, wie er kann und möchte. Die einen kommen mit dem Boot oder Kanu, die anderen zu Fuss. Einzig wetterfest solltest du sein. Musik Wir finden viele verschiedene Dinge rund um den Bodensee. Oft auch Flaschenpost. Die Flasche und auch der Inhalt können kaputt gehen. Wir empfehlen Flaschenpost oder Ballonwettbewerbe nicht an Hochzeiten und auch nicht von der Schule aus zu machen. Es sind einfach zu viele, die dann irgendwo in der Natur landen. Musik Nach diesem lustigen Cleanup wurden wir zu einem leckeren Grillplausch eingeladen von der Gemeinde Mannenbach-Salenstein. Wir freuen uns, wenn im 2020 noch mehr Menschen mit dabei sind. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020